Domenade. Elien. Das ist die Map? Ah, das Haus sieht ja auch schon anders aus. Man sieht direkt, das... Nö, es macht natürlich alles. Hi. Hi. Hier oben ist... Also, da... Naringo, wenn sie kommt, dann opfer ich dich, Jan. Okay. Nein, sie ist rechts. Sie ist rechts. Ja, hast dich gut geopfert, das finde ich nett von dir. Du stellst dich einfach deinem Schicksal. Ich mag dich. Ja, gut gemacht. No Job, no Job. Wer will gleich Uno spielen gehen. Danke. Ja. Ich renne dann mal. Ja, das ist für Emily. Danke für diesen Deck, das war jetzt, ähm, ja. Ich krieg, ich muss stunten und krieg natürlich den Nurse. Aber ich hab sie grad einmal schon gestunten. Die Runde immer so chaotisch losgehen muss, ey. Schade. Ähm, okay. Sie kommt zurück zum Jam, pass auf. Ach komm. Oh. Ach komm. Oh. Man, dieses langsame Durchspringen ist zum Kotzen. Warum gibt es so'n Scheiß? Ich kann mich übrigens selbst befreien. Ja, aber dann bist du doch Struggle-Face, oder nicht? Nein. Okay. Bin ich sowieso, wenn ich das zweite Mal hänge, also von daher. Ist das doch egal. Äh, Tobi, ich mach übrigens den Generator weiter, den du gemacht hast. Unpraktisch, dass du jetzt hier rumrennst. Tja. Dann versuch ich mal wegzurennen, ne? Wäre ja ganz praktisch. Praktisch kenn ich mich. Pff, das stimmt. Ja. Ach du Scheiße. Na. Na, die Wand, wieso muss die Wand hier stehen? Äh. Entschuldigung, ich habe mich ausgeplayt. Wieso? Ey. Oh. Jesus Christus. Was, sie lange hingehalten. Wir haben 2 Cent geschafft. Ich bin begeistert. Okay. Das ist ja kein Problem, ne? Ich finde das richtig gut, dass ihr 3 Cent jetzt gemacht habt, ne? Und dass ich die ganze Zeit keine Punkte mache. Ja, ne? Du hast ja Punkte, wenn du vorhin wegfiffst. Weil ich mich ja selbst noch nicht reinköll. Ouh. Oh. Oh. Oh, jetzt hat sie nicht gesehen, okay. Ähm. Wenn sie sich verfolgt, gehe ich retten. Ähm. Ich weiß nicht. Er ist tot. He. Der ist tot. Hä? Ich habe den Knopf eine Sekunde lang nicht gedrückt. Er zirkt mich. Sie macht die Palette kaputt, okay. Sie wollen gerade poten. Episode 6 ach komm als ob ich dachte ich habe mich nicht gesehen was ist das so was ist das denn man guckt denn dahinter warum war nicht mal ein anzeichen dass irgendwer hier nähe richtung was weit kein anzeichen dass sie eine hätte sein können der generator doch schon zehn minuten laufen ich war ja nicht mal mehr dran als sie in die richtung kamen weil die wusste sich hier mal so glaube ich weiß ich nicht das spiel meint manns mal ich muss die taschenlampe ja die kannst du haben Ich bin tot. Der ist nicht so stark. Der nutzt die Taschenlampen nicht. Aber mein Medkit ist leer, ne? Ja, egal. Wie gesehen, leer war das. Ah, okay. Nimmst du einfach mit. Ah. Ist wir ja hier? Was ist immer noch hier? Oh mein Gott, das war so risky. Detekt sie. Mann. Okay. Ne. Dieses Aufleuchten von der Taschenlampe, dass das so groß wäre, das heißt, dass sie geblendet ist, oder was? Du lebst da, ne? Ja. Kling nicht einmal. Okay. Aber du solltest wegrennen, schon seit Barbecue, sie weiß, wo du bist. Ähm. Ja, okay. Der selbe Stein wie gerade auch. Oh, ich hab die Luke gefunden, cool. Na ja, soll ich mich umbringen? Nein, das rettet mich auch nicht mehr. Glaube ich nicht. Kannst es probieren. Nein. Ja, sie geht schon zur Luke. Ja. Sie geht schon zur Luke. Ja. Dann rette Arjen. Dann rette Arjen. Der hat gesehen, dass ich Flutversuche gemacht habe, deswegen. Oh. Ist sie die? Oh, gut. Ja, sie geht auf mich. Oh, easy. Okay. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Der ist halt Stein hängen geblieben. Ist jetzt unfaktisch. Daneben. Ja, das war's. Alter. Alter. Wie viel? Sag mal, bei dir funktioniert Auto-Aim nicht mit der Nurse? Okay. Tobi, ist okay. Ist die? Hat die, nachdem sie uns beide aufgehangen hat, irgendwie... Weiß ich nicht. Hat die irgendwas genommen? Alter. Geh ins Schlag. Geh ins Schlag. Ich bin tot. Ja, ich bin aber... Ich bin in deiner Nähe. Und deswegen, geht mal mit mir nicht. Ja, okay. Also, geh zu Luke sowieso. Ich geh zum Ausgangstor. Ja. Och, Mann. Vielleicht würden die so schwerer Schwachen. Ich hab mein Bestes gegeben. Ja, hab ich gemerkt. Ja, das war echt nicht schlecht, Tobi. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange durch heiße. Alles Marinko schuld, weil er sich sterben lassen hat. Alles Marinko schuld, weil er sich sterben lassen hat. Ja, ich schaff das. Ja, nice. Wenigstens einer. Ja. Ich hab meine Champions geschafft. Mit dem...